Hey, was ist das? Ein Augenblick, Freunde. Ich weiß gar nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Hier steht ja noch ein zweites Mikrofon auf der Bühne. Habt ihr das auch schon bemerkt? Ratet mal, ist das etwa für den Hausmeister? Oder für den Bürgermeister? Etwa für den Bademeister? Oder gar für den Jägermeister? Nein, natürlich nicht. Sondern dieses Mikrofon ist natürlich für Kinder, die sich trauen, mir auf der Bühne ein bisschen beim Sänger zu rufen. Und da melden sie schon die Ersten. Das finde ich ja ganz schön mutig. Aber stopp! Finger wieder runter. Ihr wisst doch noch gar nicht, welches Lied jetzt kommt. Ach, ich habe auch eine Idee. Passt auf. Wir machen das so. Ich sing jetzt vom nächsten Lied ein kleines Stückchen vor. Ihr hört euch das dann erstmal an. Vielleicht erkennt ihr das Lied ja wieder. Dann könnt ihr weiter singen. Und steht vielleicht gleich schon direkt auf der Bühne neben mir, um ihr ganzes Lied zu helfen. Ich bin gespannt, wer das sein wird. Passt auf. Das Lied, was ich meine, fängt mit diesen Worten an. Wer es kennt, singt ganz einfach mit. Passt auf. Das Lied, was ich meine, fängt mit diesen Worten an. Wow, das waren ja ganz schön kleine Applaus der Eltern für die Kinder, bitte. Wer kennt das Lied so? Wer traut sich auf die Bühne? Wow, das finde ich ja klasse. Ha, ich habe dich gesehen. Magst du mal kommen? Ja, dann gehst du mal bitte außen rum. Da vorne ist der Micha, der nimmt dich in Empfang. Und da kannst du nämlich um den Weg kommen. Das dauert jetzt eine Sekunde, aber das kriegen wir schon hin. Da singen ja selbst die Muttis mit hier. Das sind ja klasse.